Liebe CrowdFounderin, liebe CrowdFounder, mein Name ist Amadeus Witwer, ich bin Geschäftsführer der Energiegenossenschaft Schweiz. Nach Fukushima konnte ich nicht mehr ruhig schlafen und ich musste etwas verändern. Das ist nicht nur mir so gegangen, sondern noch 200 weitere Leute in die ganze Schweiz. Wir haben dann die Energiegenossenschaft Schweiz gegründet. Die Energiegenossenschaft Schweiz ist ein EW mit Zukunft, weil wir auf Solarstrom setzen. Warum Solarstrom? Solarstrom braucht es, wenn wir die Energiestrategie 2050 umsetzen wollen. Die Energiestrategie 2050 sagt uns, es braucht statt 40% AKW-Strom in unserem Stromix, es braucht neue erneuerbare Energien, sprich Solarstrom, Windstrom, Biomasse, Geothermie. Das ist neue erneuerbare Energie. Die Energiegenossenschaft Schweiz macht das und baut eben Solaranlagen. Und darum machen wir das Crowdfunding. Wir haben eine Solaranlage gebaut in Schönholzenswilen, auf einem Schulaustach oben. Und jetzt kann man bei diesem Crowdfunding einzelne Quadratmeter von dieser Solaranlage kaufen. Du wirst automatisch Teil des EW mit Zukunft. Was kommst du sonst noch dafür? Du kommst natürlich Solarstrom von diesem Quadratmeter. Den können wir garantieren mit Herkunftsnachweis. Plus gibt es ein Cudi dazu. Nicht nur eines, aber sicher mal das. Die weitere siehst du in der Beschreibung. Es gibt ein Cudi dazu. Ökologische, nachhaltig produzierte Handyladestation. Wie funktioniert die? Man steckt die mit dem Stecker in die Steckdose ein. Und legt dann sein Handy da rein. Und danach kann man reinstecken. Und dann weiss man eigentlich jederzeit, dass der Strom, der das Handy damit geladen wird, dass der von diesem Quadratmeter oder der mehreren Quadratmeter, den du in dem Crowdfunding gekauft hast, von dort her kommt. Es würde mich freuen, wenn ihr euch beteiligt. Wenn du dich beteiligst an dem EW mit Zukunft und auch einen Quadratmeter Solarenergie, die ihr anschafft.